Da, blas mir einen, hast einen Dollar. Er war sehr arm, er war schon sehr gebrechlich. Was ist das? Genickbrechen? Shit. Oh laul, da kommt eine schöne Frau. Ich hab mich einfach verliebt. Oha, wir gehen da jetzt rein. Keine Ahnung, was wir da drinnen machen, aber... Da, blas mir einen, hast einen Dollar. What the fuck? Lol, die suchen mich. Ich geh hier besser raus. Alles klar, jetzt geht's ab. Fuck, Blendgranate, was ist denn jetzt? Bin ich im scheiß Krieg, Alter. Ja, das lief ja jetzt nicht so gut. Sollten wir wahrscheinlich etwas intelligenter angehen, die Sache. So, neue Runde, neues Glück. Diesmal hast du Glück, ich werd dich leben lassen. Den Cent geb' ich dir trotzdem, du scheiß Gollum. Hallo. Ich bin Mr. T, lasst mich rein. Was ist das denn für ein Brie? Ich klopfe, er guckt durch, ich knall in die Birne weg. Spaßt. So, Spaß beiseite, jetzt müssen wir mal richtig ernst spielen. Aprikose. Da, friss was, du siehst scheiße aus. Hihi. Ja, lol, Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Richtige Drogenparty hier. Wer chillt hier? Lol, da liegt einer. Bruder, das sind mehr Fliegen wie auf einem Misthaufen. Was bist du denn für ein Stinker? Lebt der Typ noch? Ja, geil, ich hab ihn ausgezogen. Jetzt bin ich Mexikaner, Alter. Der Typ ist doch tot, oder? Ey, ich schwöre, der ist tot. Lol, der bewegt sich gar nicht mehr. Ah, der ist wirklich tot. Fuck, bin ich dumm, Alter. Lol. Ah, bin Mexikaner, taco, taco. Ey, was macht der denn da, der bietet? Na, wurden deine Gebete erhört? Fick dich doch. Lol, ich hab neue Freunde. Nice, Alter. Ey, ich möchte dich gar nicht töten, aber ich brauch das einfach, was du da anhast. Was sieht der da drüber? Es ist ja nichts passiert. Hallo, ich bin noch einmal Schamane. Ich werde jetzt in den Tochkopf pissen, Alter. Ich hab keine Zeit dafür, ich muss jetzt Geister beschwören. Guck dir mal an, was für heftiges Musikinstrument ich mithab. Ich bin ja richtig die verlorene Seele. Shish, Alter, die ist ja voll sexy. Was soll ich damit tun? Die kann ich nicht töten. Ich will Kinder mit derer. Alter, der Eß. Alter, die Titis. Hallo, ich bin Schamane. Ich muss hier durch. Ich muss irgendeinen Geister-Scheiß machen. Ich kenn mich selber nicht aus. Was ist das denn, Alter? Das war's. Zement, los! Betonieren! Boah, fett, Alter! Martínez ist down. Ey, da muss was weitergehen auf der Baustelle. Wir müssen betonieren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich mit diesem Geister-Anzug hier durch die Tür durchkomme. Mein Name ist Jeff. Ach, fick dich doch. Was macht der Opa denn da? Ich hab einen guten Plan. Wenn ich ihn bewusstlos schlage, kommt der Typ raus und ich darf rein. Stirb, Alter! Hey, der Brick kommt nicht raus. Der Plan der Scheiße. So, ein bisschen Klebstoff. Und ich hab das Kokain-Souvenir fertig. Geil. Hippie, komm her. Ich hab ein Geschenk für dich. Er ist einfach vor mir. Er ist einfach ein scheiß Großvater. What the fuck? Er hat einfach die Flipflops an, Alter. Was ist das für ein Style? Ich bin Mr. T und ich werde sie gleich ficken. Hier, schönen Kuchen. Frist das, Alter, Mann. Der kann nicht mal richtig gehen, Alter. Ich würde dir am liebsten eine reinhauen, dann ist der eh tot. Alter, was geht mit ihm? Er wird einfach zu Gollum. Es ist Gollum 2.0. Was macht der Typ jetzt? Er muss kotzen. Ups. Ist der Typ? Jo. Ich denke mal, der ist hinüber. Mein letztes Ziel, es ist direkt da oben. Schüsch, Alter. Darf ich hier überhaupt hin als Drogentyp? Lol, ich bin hier nicht erlaubt. Ich bin einfach in einer scheiß Bank. Was ist hier denn los, Alter? Ah, es kommt jemand. Lol, der humpelt. Jo, ich bin's. Ein unberechenbarer Hippie. Ich bin voll auf Drogen. Was machst du denn mit ihm? So, weg mit dir. Er hat dich schon gehumpelt. Was sollst du Tau tun mit dem Typ? Ich bin in der Küche. Einfach Meisterkoch. Lul, er sieht sich einfach in den Spiegel. Jo, ich bin's. Hinter dir. Wichser. Lol, er chillt einfach weiter und putzt hier am Boden. Beste Putzkraft ever. Voll in der Arbeit. Was guckt er mich an? Ich fick dich, Alter. Boah, ich muss hier weg. Aber ganz dringend. Tschüss. Alles klar, Leute. Das war's wieder mit dem Video. Wenn ihr richtig heftig seid, könnt ihr das Video teilen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Bro. Tschüss.